Musik Toll. Ja, bleibt sitzen, bleibt sitzen. Hier ist Kontakt. Reit, ich leg meinen Schlüssel eben rein, nimm den mal an. Oben auf dem Dach. Little Bird. Little Bird, ne? Nimmst du mal einen Reifen, Red, schnell? Jo, Schamreifen. Da brichst du oder was? Ja, kann ich machen. Ja, ja. Was schießt du? Oben auf dem Dach, auf dem Deckgebäude ist einer. Okay, ist down. Sauber. Hab ich zumindest. Schamreifen. Schamreifen. Little Bird kommt. Repariert. Ja, Little Bird havert dort hinten. Ich hab geschossen. Wo havert der denn? Da hinten, ähm, Richtung... Ja, ich sehe dich. Der kommt, oder? Ja, der kommt. Runterschießen? Wollt man runter? Ja. Ja. Gut getroffen. Ein paar Mal haben wir ihn getroffen. Müssen wir mal kurz gucken, Nutt, was der auf dem... Auf dem Deckgebäude noch dabei hat. Mhm, dann gehen wir mal wieder hoch. Check mal hin. Siehst du, siehst du, siehst du. Geht der Wodnick hier? Gehen wir? Little Bird kommt wieder. Oder? Na ja, gut. Loring hatte ne Panne. Ist dagegen gefahren. Ja. Ja, dagegen. Warum hätt ich's mir denken können? Der ist rüber gesprungen. Schlüssel liegt noch immer im Wodnick, ne? Ne. Ne? Aston. Ist der gelandet? Der Little Bird ist dort hinten gelandet. Wir haben Zombie-Aktivität Richtung Osten, links neben dem Gebäude. Es kann Sinn, dass der auf dem Gebäude dort hinten gelandet ist. Oh, ich hab keinen Kompas, scheiße. Leise? Bei der Fire Station. Ähm, ähm, links daneben, die Hochhäuser. Ah, okay. Da war ein Zombie. Und ich schätze, dass der... ... oben auf den Hotels gelandet ist. Dorthin, wo es blinkt. Ja. Gucken jetzt mal wo... Wo steht die Kamera... Lass mich hier vorne raus, bitte. Ja. Ja, ich bin raus. Ich tendiere, ich tendiere auf dem Hochhäuser. Ja, auf dem Hochhäuser. Steht da ein Spieler auf dem Hochhaus. Auf dem Hochhaus? Ähm, links vorne. Ah, ich sehe ihn. Und links? Ja. Da links. Auf dem Hochhaus, die Little Bird, ja. Warte, verschießt. Auf uns. Warte. Von wo? Ich sehe ihn gleich. Da liegt oben, da liegt oben. Da liegt oben. Da liegt oben. Von Standard, Alter. Ja, nicht mal lange, nicht mal lange, nicht mal lange. Ich sehe ihn. Da ist 12 beim Little Bird. Warte, ich hasch ihn hier gleich. Ich habe ein schönes Gebäude, da krabbel ich gerade hoch. Klop, Karre. Ja, auch ein schönes Gebäude. Ich bin gleich oben auf dem Turm. Nördlich vom Little Bird. Nördlich vom Little Bird. Habe ich ihn gerade geschossen. Da hat sich ihn wieder hingelegt. 10 Meter. Ist nur unter Feuer, aber oben vor. Ich habe ihn wieder angeschossen. Der krabbelt nach hinten weg. Der krabbelt nach Osten weg. Nee, Westen. Hat sich wieder hingelegt. Still Bird, ne. Still Bird of the Motel. Genau, genau. Und da und da. Nördlich davon liegt er. Ah, warte. Okay. Die Meter sind da. Rangevine daneben. Aber wenn kein Ruiz da durch. Stau durch hinschießt, Sebi. Ja. Du siehst ja vorgegangen die Mauer. Ja, es ist schwer da unter durchzuschießen, Kollege. Unter. Ja, jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn. Nice. Nice. Gut. Jetzt bräuchten wir. Ähm. Ich bleibe hier als Cover. Ja, jetzt müssen wir zwei, drei Leute. Wer läuft übers Feld? Freifeld? Keiner, keiner, keiner. In-Ling? Red in-Ling? Dem her? Nee, nee. Schlieg auf dem Tor. Weiße, los. Wo? Welches Feld? Auf. Warte. Ja, ich sehe ihn auch. Ist down. Dem her. Nice. Ich nehme den schwarzen. Okay, dann kannst du mich direkt oben rauslassen, dann hole ich ihn direkt mit runter. Und machen wir das so, Red. Muss aber einer aufpassen, dass er mit dem Fallschirm nicht wieder da oben landet, ne? Ja, ich, ich bin gerade dabei. Ich gehe immer wieder mit dem Ehrloten. Ich gehe immer wieder mit dem Ehrloten. Hast du denn noch frei? Ja. Von wo poneil schiesst? Wo? M1911 also hallo? Von wo schießt der? Ah der ist hier unten. Der ist nicht da. Oh scheiße, scheiße. Putin, ich loote da mal in Ruhe. Ich weiß schon wie das dabei ist. Mal einen Schlüssel nehmen, Red. Ist ja vielleicht im Dings drin im Heli. Das könnte auch sein, ja. Echt? Ja. Dann machen wir es mit dem Little Bird. Mit dem Setsitzer. Das ist ein Sechssitzer. Ja, ihr könnt ja erstmal eine Mischung machen. Ich will mir erstmal so ein bisschen. Ich bin da unten auf dem Wohngebäude. Ja, aber trotzdem, ich brauche ein bisschen Essen für das Material. Ich mache erstmal ein bisschen was hier. Ja, Red ist hier. Das kenn ich. Das habe ich heute oft genug gemacht. Danke, aber trotzdem. Alter, was ist mit meinen Händen los? Guck dir mal meine Hände an. Die sehen krank aus. Ich bin krank. Wie sieht mein Gesicht aus? Oh, wenn deine Augen sind nicht so schön. Ja. In VR live habe ich schöne Augen. Das haben die Frauen immer. Ja. Wir sehen aber immer die ganze Zeit nur was anderes von dir. Äh. Schnallt. Ich sehe, wir hatten eine Jory-Explatte an. Jory-Explatte. Jory-Explatte. Ich liege halt auch. So, und jetzt stell dir das doch mal vor. Wir auf einem DC-Server, B.Server nur in Ego Perspektive. Wird uns den ganzen Tag beim Autofahren nur so sehen. Ja, das ist nicht geil. Hm. 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 Dann holst du ja einen Kurven so mega weit aus, weil du das nicht einschätzen kannst, aber auch nicht nach hinten rausgucken kannst. Äh, vor allem fliege dann mal. Und lande. Ach, die Scheibe. Ich sehe, wie das ist aber ein schnuckeliges Platz, wenn du da hast du sie sucht. Das ist schick. Hier vor allen Dingen der Arje, da können wir gleich... Oh, guck mal, ob der Ural reinpasst. Jetzt? Oh, wenn ich ein Ural drin hab, dann kannst du bloß... Ja, der passt da rein, Alter. Wir haben eine Ural-Barage. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, ich schaue mal rein. Ich schaue mal rein. Das ist ein Schick. Ja, du bist auch Kapps, Gallye. Andere haust dann rein, dann stell ich meine schon mal auf. Seit 6 Uhr bin ich mir zwischendurch immer anzurufen. Lol. Ich glaube, ich habe eine ungelockte Mie gefunden. Ja, komm mal hoch. Auf dem Balkon. In dem Haus. Geil. Oh. Komm mal, komm mal dahin. Da, unten, wo ich hinbekomme. In der Mie. Aber, nice. Oh. Hallo. Ich bin sehr erschrocken. Wer geht denn da in meinen Rucksack? Ja, habe ich auch gedacht. Lass mal runtergehen raus. Lass mal runtergehen raus. So eine richtige Puffbude machen wir hier draus, okay? Hier auch noch. Hier, guck mal. Das ist unser Gartenhäuschen. Da kommt Kalti rein. Da kommt Kalti rein. Der kann halt einfach rasen, man. Kalti oder Sven. Und hier auch, das Haus ist auch nicht nice. Hey, waddup. Oh, wo bist du hin? Ja. Ja. Auf der da, bitte. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Woa. Oh, nice. Achso, hier ein SUV. Ich spott einfach mal so ein SUV hier. Direkt vor dem Toilettenpapier rein. Hast du die Kippe gerade alles verpasst, Alter? Oh. 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 Oh.